Wir müssen uns um die älteren Menschen in unserer Gesellschaft kümmern. Ich glaube, wir machen uns keine Vorstellung davon, was in den nächsten Jahren auf uns zukommt. 2050 werden in Niedersachsen noch etwa 70 Millionen Menschen leben. In Deutschland 70 Millionen Menschen leben. Davon werden voraussichtlich 3 Millionen an Demenz erkrankt sein. Deshalb plädiere ich sehr dafür, die Attraktivität der Pflegeberufe deutlich zu verstärken. Ich plädiere sehr dafür, dass wir ein Landestarif Soziales endlich einführen. Ich sage sehr deutlich, die physische und psychische Belastung derjenigen, die tagtäglich sich um alte Menschen in der Pflege kümmern, wird viel zu gering honoriert und wird viel zu schlecht bezahlt. Applaus